Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu The Culling mit Chris Play, grüß dich. Hallo. Steht gar nicht so schlecht, oder? Ja, sehr gut eigentlich. Oh, bis jetzt, einen habe ich jetzt auch mal gekillt. Wie kommen wir hier hoch? Gar nicht, oder? Hier ist ein Röhleneingang, guck mal. Ja, ich komme. Das ist wahrscheinlich der untere Eingang von der Basis. Ja. Oh, hier sind sogar noch Schränke. Was ist das hier? Ein Man-Tracker. Ich kann jetzt praktisch rausfinden, wo sich die Leute befinden. Na, waren wir noch nicht drin, oder was? Hier unten waren wir noch nicht, im Erdgeschoss. Hier ist nochmal Muscleman-Milk. Hm, ah, ich habe es sogar noch, nehme ich. Okay, dann lass uns mal. Hier sind noch mehr, geil. Da ist jemand, hast du gehört draußen? Ich dachte, das warst du. Nee. In den Toiletten, da ist bestimmt was drin. Irgendeiner ist was. Und wenn es nur der Mörder ist. Mach immer wieder zu, sonst können wir nicht durchlaufen. Bitte, bitte. Es ist Zeit, um mich zu spielen. Hier ist nichts. Gar nichts. Nee. Nicht mal auf dem Pott. Aber draußen war jemand. Ich habe das eben gehört. Boah, ich habe kein Blasrohr mehr. Ist es ganz kaputt gegangen oder nur keine Pfeile? Ja, komplett kaputt. Ich habe aber noch meinen Teaser. Naja. Taser. Taser. Komm, wir gehen hier hoch. Ist hinter mir? Jo. Oh, was ist denn hier los? Kamera macht hier Flutlicht. Ja. Blende uns ein bisschen. Können wir nochmal gucken. Ja. Ich wusste nicht. Ach, guck mal, da steht es sogar bei wem. Haha, gerade mal ganz unten. Ah, du bist schon oben. Ich bin schon oben, sorry. Da ist so ein Monitor und ganz unten stehen wir, dass wir die gekillt haben. Also wurde gekillt bei... Wir können noch eintauschen. Ja, sollten wir auch machen. Markierungspistole. Zehn fangen für die. Naja, gut, die ist auch abgelaufen. Dann hole ich drin noch diesen Stick da. Der im... Regal lag? Ja. Stamina Shot. Kann man wenigstens rennen. Das ist, glaube ich... Den hebe ich mir aber mal auf. Muss ich nochmal gucken. Weißt du, was ich kurz mache? Ich mache mal kurz. Ich muss mir nochmal einen Pfeil machen. Ah, nein. Okay, ich brauche noch einen... Dock. Ich will mir einen Stock kurz machen. Oder, oder? Ja, doch, ich habe nichts zum Gegenhauen. Außer Faust. Du hast zum Gegenhauen eigentlich? Mhm. Moment. Ah, super. Wo warst du eins? Ah, reicht, reicht, reicht. Danke. Gar nicht so weit weg, oder? Das ist links von mir. Ja, in die Richtung, genau. Man hat es kurz gehört. Wir können wissen, was da passiert. Kommt jetzt Gas außenrum? Das haben wir bis jetzt noch nicht rausgefunden, ne? Kommt auch gleich wieder so ein Paket irgendwo. Ich habe auch gemerkt eben im Nahkampf, dass der Crowbar ziemlich schwierig ist. Der Teaser war ganz gut. Ja, weil du ihn angehalten hast dadurch, ne? Ja. Angehalten. Arminias. Bestand. Ich glaube, man hört dieses Geräusch einfach nur ewig weit. Ja, ich glaube auch, ja. Rechts waren wir da schon? Ja, ich glaube, da haben wir uns am Anfang getroffen. Hier ist die Mitte. Ich habe eh genug Fang. Ich könnte auch so eine blaue Kiste öffnen. Ich habe auch. Ich habe 81. Gut, pass auf. Gehe ich gerne in die Kiste, beschütze mich. Okay, warte mal. Ich gehe aber mal hier hoch. Hier liegen schon Tote. Ein Bogen. Da gibt es noch Equipment. Ein Bogen. Okay, nimm mit. Ich nehme den Hammer weg. Da liegt auch noch Equipment. Okay. Da ist jemand, da kommt er hin. Die Frage ist, riskieren oder nicht, wenn die wieder Waffen haben? Ja. Ich habe auch nichts wirklich. Oh, der guckt schon mit dem Blas vor. Ich stehe hier oben. Ich habe einen Feige schon gespannt. Oh, der schießt. Oh, der hat mich getroffen. Der Assi. Ich habe halt auch nichts wirklich. Wir horten auch nicht. Da kommt er. Pass auf. Das ist links. Es ist wie, dass es Feuerhäuser in meinem Koen gibt. Hab ich ihn? Hab ich ihn nicht? Oh, er kutzt. Du, dass der rumkotzt. Oh, Mist. Oh, fuck. Oh, er hat mich auf. Ich renne. Mist, mein Teaser ist ja auch kaputt. Verdammt. Ich komme, ich komme. Hier kannst du wenigstens noch gut abhängen. Teilweise. Oh, was mache ich denn? Dann sollten wir kurz mal weg. Oh, nein, 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 nein. Er hat mich gekillt. Ja, ja. Ich habe es noch versucht im Nahkampf. Oh, hat er mich auch erwischt wieder. Schade eigentlich. Oh, der hat eine Waffe. Mr. Robert hat mich gekillt per Waffe. Wir sollten am Anfang auch mal eine Waffe herstellen irgendwie. Ja, aber man kann doch gar keine Schusswaffe herstellen, oder? Kann man doch nicht craften. Weiß nicht, stand es da nicht beim Crafting-Menü? Was kriege ich denn? Oh, wieder so ein Käppi. Geht zurück zum Menü. Ja. Ich habe so ein blödes T-Shirt gekriegt mit irgendwie Stuff drauf, irgendwas. Naja, brauchen wir noch einen runter, oder? Jo. Zack, Start. Ja, schon besser gelaufen als zuvor, aber der Crowbar ist, entweder muss ich mehr auf den Kopf zielen. Also, weißt du, ich habe wenig auf den Kopf gezielt mit dem Crowbar. Ich weiß nicht, wie das Spiel das rechnet, ob es da wirklich Hitboxen gibt, die effektiver sind. Ich glaube eher nicht. Ich weiß nicht. Wenn du triffst den oder triffst den nicht. Weiß man nicht. Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück nach einem kleinen Cut. Sind wir wieder im Spiel. Chris ist auch wieder mit dabei. Jo. Und die Cues sind im Moment sehr lang, deswegen haben wir hier einen kleinen Schnitt gesetzt. Oh, oh, oh. Zappel, zappel. Jetzt. Das dauert zum Teil im Moment drei, vier Minuten und da wollen wir euch natürlich nicht von der Spielzeit, wo ihr zuschauen könnt. Ich habe das Blasbranche auch mal. Noch nicht, mir fehlt noch ein Stück Holz. Weißt du was, ich schlage jetzt auf den Baum ein. In guter alter Arc-Manier. Ja. Ich könnte schwören, dass die Animation genau die gleiche ist, ne? Ja, so ein bisschen. Ein bisschen langsamer. Ähnlich sieht sich das schon. Ah, ich habe kein... Doch, da oben. Oh, ich habe wieder ein Gebäude. Okay. Ich werde mal da reingehen. Ich will mir nur ein paar mal Pfeile holen, dann komme ich gleich in deine Richtung. Wir sind eh nicht weit auseinander. Wo ist der Stein hin? Da. Komm schon, gib mir was. Gib's mir. So, ich komme in deine Richtung. Das Blasrohr ist wirklich das sinnvollste, am Anfang zu leveln, würde ich sagen. Machst du auch relativ schnell, also ich hatte es gerade richtig... Was? Was? Bist du tot? Ne, Quatsch. Sorry, ich habe mich verkauft. Mach mir nicht so einen Schreck. Mach mir nicht so einen Schreck. Jag mir nicht so einen Schreck ein, würde ich sagen. Ich habe einen Polizeiknüppel. Machst du einen Nightstick, ach wie geil. Wir können mal ausprobieren, wie gut man sich tarnen kann im Büschen. Hier ist alles leer. Was mich auch interessiert, wann die ersten Hacker auftauchen, wenn sie nicht schon da sind. Ja, das stimmt. Deswegen haben die auch alle Pistolen und wir finden keine. Kann sein. Vielleicht beschumpsen sie uns, ja. Hier, da unten kommst du schon. Hier ist alles auf jeden Fall leer gelootet. Ich frage mich echt, wie man das mit dem Rohr machen soll. Hast du noch zufällig einen Stock dabei? Warst du im Keller komplett? Ne, im Keller war ich noch nicht. Okay. Stock? Nein, ich habe gar nichts dabei. Hört mich jetzt mal. Wieder so eine Markierungspistole, weißt du was? Die werfe ich draußen in den... Ja, würde ich auch machen. Ein Automat. Wieder einer gestorben. Hier sind ganz viele. Was, Leute? Nein. Ähm, Schränke. Okay, ich will aber mal was probieren. In denen aber nichts drin ist. Weil, wenn man hier bei Craft guckt, dann steht hier eine Tonne. Vielleicht ist das aber auch gar keine Tonne. Aber was soll das sonst sein? Ein UFO. Doch. Machen wir gerade Dynamit. Wie hast du das jetzt gemacht? Ha, ich habe Dynamit. Einen Stock einfach an die Tonne. Ah. So eine Sprengtonne. Das ist ja der Fall. Da hast du richtig ausgegangen. Also die Markierungswaffe gebe ich ab. Was? Zehn fangt man? Okay, das ist echt wenig. Das ist echt sehr wenig. Im Keller war es so. Ich habe doch 30 von denen gekriegt. Ja, war ich. Ja, dann ist alles leer. Gehen wir in die Mitte. Richtung Mitte. Ah, ist das so forscherhaftes. Das sind nur Profis, hat man euch in den Folgen davor gesehen. Ah, hier oben ist noch was Großes. Guck mal. Ah ne, das ist nur so eine. Da oben, siehst du das? Dieses. Aber wir laufen aber hin. Aber ich glaube, das ist nur eine Anzeige, oder? Na, ich glaube auch. Da werden die Sponsoren eingeblendet. Man kommt da gar nicht hin. Aber da drüben ist ein Gebäude. Wir laufen hier auf den, ähm, auf die Sattelitenschüssel zu. Wenn wir hier weiterlaufen am Hang. Bumm. Ist das hinter mir noch? Jo. Mit meinem Polizeischlagstock. Trümmer. Ein Dynamit im Ort. Was habe ich hier? Ein X-Ray. Zurück. Ich habe einen gefährlich aussehenden Tunnel gefunden. Okay. Einen vielversprechenden. Oh. Erstmal die Richtung. Hier können wir wieder was einlösen, aber... In die Richtung weiter? So lang aus. Dann kommen wir bestimmt direkt da hin. Zu dem... Zu der Sattelitenschüssel, oder? Ja. Muss mal so laufen, ich habe keine Energie. Da ist auch wieder was zum Eintauschen. Ist ja komisch, oder? Jetzt wiederholt der Gang sich immer. Du läufst immer weiter. Genau, immer weiter. So, das war es dann mit der Runde. Wir laufen jetzt im Kreis. Ey, kommt man echt nur wieder raus? Ne. Ja, aber wo kommt man denn da raus? Du musst ja auf der kompletten... Wir sind ja eigentlich fast auf der kompletten anderen Seite. Wir hatten bestimmt in der anderen Richtung. Wir haben bestimmt Richtung Satellitenschüssel gekommen. Das ist doof. So, wieder zurück und nach links? Ne. Ne, wir gehen hier rechts rum, würde ich sagen. Sterben hier auch alle gerade? Bitte? Die sterben auch gerade hier alle. Da oben ist die Anzeigetafel. Müssen wir mal raufgucken. Hm? Diese Kameras, die einen immer beobachten, wenn wir vorbeikommen. Sind überall diese Gascontainer? Was ist das für ein Gebiet? Ich glaube, hier verwirrt sich doch selten jemand, oder? Ich weiß auch nicht, wo wir hier gelandet sind. Das ist doch irgendwie JWD. Hm. Hm. Aber wir hätten auch mal... Wir sollten uns auch mal wieder Rüstung machen eigentlich. Ja gut, das können wir da jetzt in aller Ruhe machen hier oben, oder? Hier ist doch echt kein Schmanz. Was war das Rüstung? War... Guck mal, rechts steht es. Two crates fly above the center arena. Genau in die Mitte. Was brauchten wir dafür jetzt? Erstmal Montage, oder? Ähm... Ne... Ja, erst mal Montage, genau. Und dann? Oh, abgebrochen. Muss schon mal gucken. Ich muss immer... Ich drücke mal kurz Escape und gucke in dieses Crafting-Menü. Stimmt nochmal, ja, der Ball. Und dann nochmal ein Stückchen. Ich bringe die in der Mitte natürlich übelst guten Loot. Und das da jetzt nochmal mit dem Stein war. Da, glaub ich, gegen Stein war das, ja. Können sie zwei raushauen? Warte, warte mal. Warte. Hier ein Stein, denkst? Was ist denn überhaupt mit dem Satchel? Müsst ihr jetzt keinen Stein ohne? Ey, das Satchel solltest du anziehen. Was? Warum? Ja, weil du einen extra Dingsplatz kriegst. Einen extra Lootplatz. Und das verbraucht sich auch nicht. Also bei mir war es jetzt hängen geblieben. Ich habe einen vierten Lootplatz dazu bekommen. Und... Ah. Oh, jetzt habe ich meine Arme. Wie geil ist das denn, bitte? Doch, bei mir hat es sich verbraucht. Ja, okay. Verprügel den Baum. Verprügel mal den Baum. Hat es verdient. Wie sieht es hier oben aus? Also noch viele alive. Aber Amor hast du dir jetzt nicht gemacht. Doch. Jetzt war ja das komische. Jetzt habe ich kein Dings mehr. Kein Stein. Kein Funk. Kein Funk. Okay, da kann ich dir leider nicht helfen. Ach, egal. Hier ist eins. So Knochen meins am Boden. Ja. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Steinchen brauchst du noch, oder? Einen Stock noch, der lag da oben. Ja. Liegt auch noch. Ah, dann brauche ich ja trotzdem jetzt noch welche. Stein noch. Okay, jetzt noch Stein. Stein, komm her. Warte. Aber ob ich noch genug Funk habe, ist die Frage. Weiß ich nicht. Wollen wir sehen. Da? Ne. Ich brauche zehn. Ich habe vier. Ach, warte. Da ist nochmal Skelett. Aber es reicht dann immer noch nicht. Weil die geben, glaube ich, noch vier, äh, fünf. Zeig mal. Na, fünf nur. Verdammt. Waren wir unten schon bei der Station? Glaub nicht. Aber die wird auch schon leer sein. Immer positiv denken. Die wird noch nicht leer sein. Sehr gut. Da steht einer. Ja, ich habe es gesehen. Zwei. Zwei, zwei. Also links rum. Boah, da jetzt Dynamite hauen. Das wäre doch. Schleich mal. Ja. Na, die Kamera verrät uns natürlich. Hm. Ah, die gehen. Die gehen. Über die Brücke. Okay. Die werden natürlich jetzt hier alles gelootet haben, ja. Haben sie etwas zurückgelassen? Ne. Haben wir auch die Kiste aufgemacht. Hier ist noch ein Schrank, haben sie nicht gesehen. Ist aber leer. Geht so. Atombombe drin. Ja, Winner. Hier liegen Sachen. Hier haben sie einen gekillt. Okay. Hm. Hm. Guck mal auf dem Dach. Wie leben denn noch? Die Hälfte. Ne, hier ist nichts oben. Guck mal, hier ist so eine Rampe, wo du auf die andere Seite rüber kannst. Was dir nichts bringt. Ja gut. Den hinterher. Boah, ich würde das gerne unten reinstecken. Aber ich habe eine Idee. Wem willst du das unten reinstecken? Ach so, der Maschineherr. Alles klar. Ich werfe meinen Knüppel da runter und nehme das mit und hole meinen Knüppel unten wieder. Weil das eine Waffe, äh, eine Falle ist. Hm. Ob ich die mal ausprobiere? Die Falle? Ach, das ist einfach nur Spikes. Ja genau, die spannst du nur so, ja. Aber immerhin drei. Das klingt immer wie so eine Kreissäge, die angeht. Ja. Aber ob wir den jetzt hinterherlaufen sollten, ist eine gute Frage. Können wir da oben auch noch gucken, da waren wir aber mit sich. Was war das? Ich war das. Was hast du denn? Dein Knüppel. Jetzt fast brauch ich noch einen Stock. Dann habe ich erstmal fünf Plätze, das ist ganz gut. Ja, den jetzt gegen Stein, oder? Hä? Wieso nimmt der, wieso zieht der das nicht an? Weil du schon einen aufhast. Achso, man kann nur einen. Ja, ja. Stimmt, gegen Stein. Dann habe ich wohl Stimmen. Habe ich nicht schon Rüstung. Hey. Da ist ein Stein. Ach, ich hatte das ja vorher. Du hast noch keine Rüstung, weil du keine Punkte hattest. Ja. Jetzt habe ich die doppelt. Ah, ja. Hey, jetzt hast du Rüstung. Ja, ich habe aber noch so ein Ding im Inventar. Okay. Kannst du nicht nochmal nehmen, okay. Achso, du hast so ein Säckchen noch im Inventar. Ja. Ja, ja. Tausch mal einen. Schade, ich dachte, da kannst du den letzten dann auch noch freischalten. Hm. Hm. Okay. Wer, wer vielleicht, weiß nicht. Ja, ich meine, mit dem Blasau machst du ja nur, dass jemand praktisch nicht sieht, ne? Also, ich finde übrigens die Textur von der Brücke finde ich schwierig. Das ist wie gerade aus der Modellierungsabteilung rausgeplumpst. Ja, muss noch anmalen. Ja. Gut, ich meine, ist ja Closed Alpha, ne? Ja. Von daher. Laufen wir den da echt hinterher, ja? Das ist ein Vorteil, er ist da unten, die waren bestimmt in den Gebäuden. Das könnte ich mir vorstellen, ja. Wie viel Funk hast du? 18. Also, wir können zusammenlegen, ne. Ne. Ich würde sagen, vielleicht nach links oder so, hm? Die werden mit Sicherheit da hingegangen sein. Wundert, ey. War da rechts. Da landen sie drin. Ich sehe sie laufen oben auf der Empore. Ah, da kommen sie. Ja. Haben wir uns nicht gesehen. Glaube nicht. Die Frage ist, boah, wie viel Damage macht so ein Dynamit, wobei du warst komplett weg sofort, wa? Ja gut, er hat ihn ja auch direkt mir unter die Füße gelegt. Naja, wenn die irgendwie da irgendwo rumrennen. Irgendwas looten. Ja, klar. Einen würden wir wegkriegen und den anderen vielleicht dann im Nahkampf. Ich habe halt keine Nahkampfwaffe. Ich müsste wirklich vielleicht mal ein Sperr machen. Wo sind die hin? Ah, da oben. Geh, die werden hier aber wieder alles leer gemacht haben. Oder Sachen übersehen haben. Vielleicht doch mal noch. Boah. Na, die gehen gut ab da. Oh, fuck, hier ist eine Falle. Ich bin getrapped. F-drücken, F-drücken. Ja, mache ich gerade. Okay, ich habe zumindest auch mal ausprobiert, wie die Falle funktioniert. Die haben ja auch echt alles gelootet. Geht es hier nicht noch hoch? Nee. Unter geht es auch nicht oder so? Nee. Da fallen die in der Mitte, da tummeln die sich jetzt. Was ist das? Da ist jemand vergiftet. Die kämpfen da. Ja. Kommt aber auch in unsere Richtung, glaube ich. Nicht, dass die ihn jagen. Der Busch, ja. Bleib am Busch stehen. Ja. Ich sehe aber auch keinen mehr. Da ist einer. Da sind zwei. Okay. Einen habe ich getroffen. Ah, ich habe ihn gekillt. Ein Schuss und er war weg. Der hat einen Rucksack. Brauche ich nicht. Eine Shainsaw hat der. Sehr gut. Hast du die? Ja. Hab ich. Der wird gut fallen, aber der hat auch Sachen weggeschmissen. Okay. Eine Falle und ein Messer und noch ein Rucksack. Okay, pass auf, pass auf. Müssen wir. Wie lange nehmen wir jetzt schon auf? 14. 14 plus 6. Okay, wir sind bei ca. 20 Minuten. Ach komm, das machen wir jetzt. Problem ist, der wird fallen haben. Ja. Da ist er. Oh, er hat mich getroffen. Okay, er muss rauskommen. Ich warte um die Ecke auf ihn. Oh, er kommt, er kommt. Ich habe ihn getroffen. Er kotzt auch. Die Mutter sieht. Wo ist er? Okay, Mutter. Das Ding ist. Wo ist er hin? Ich habe ihn getroffen. Er muss auch so kotzen wie ich. Da müssten wir ihn eigentlich hören. Aber deine Muttersäge ist sehr schön laut. Wo sind jetzt die Muttersäge da? Hm. Okay. Du fragst, wo ist er hin? Der ist bestimmt wieder rein in das Haus. Ich kann mir richtig vorstellen. Ich kriege hier noch ein Messer. Vor allem den einen einfach nur einmal angeschossen. War der wahrscheinlich schon angeditscht. Ja. Hier liegen noch mehr Leute drin. Oh, wie viele haben die denn hier gekillt? Weißt du das? Geht's nochmal hoch? Geht's hoch, Chris? Der ist hier oben. Ich hör was. Chris, komm hoch. Kann er denn da oben sein? Hier oben geht's hoch. Die Treppe geht's hoch. Ich steh doch hier. Guck doch mal, wo ich bin. Komm, ich hab Rüstung und Kleben. Und unten irgendwo im Wasser. Da ist auch einer tot. Hm. Wir leben denn noch, wo ist der Himmel? Da. Wo noch so viele. Zwei im Team und zwei alleine. Da hinten auf der Dingsensee. Siehst du auf der Plattform. Ist auch nur einer, wa? Ja, ich sehe zumindest nur einen. Halt, hier rechts hat's grad. Ja, hab ich gehört. Wird noch mehr schleichen, glaub ich. Hier, der Automat. Weißt du das? Weil der macht manchmal auch so Geräusche. Achso. Die blöde Kamera immer. Ja, auch drüben auf dem... Vielleicht schaff ich's ja bis darüber. Warte mal. Glaub ich nicht. Also Zoom getroffen. Rechts sind einer. Rechts, rechts remt einer. Zur Mitte. Warte mal, hier lagen ja noch überall Zeug von denen. Wir sollten das mal alles einlösen. Nee, warum kann ich das Messer nicht? Manchsam backen, glaub ich, fest. Da ist jemand. Draußen ist jemand. Chris. Hinter der Hütte. Ich hab eben... Was zischt hier? Gas. Oh nein. Hoch, raus. Hoch, hoch, hoch. Wo ging's raus? Da. Boah, der killt uns mit Gas. Ich hasse es. Wie weit ist das denn? Hä, wie weit ist das Gas? Im Tod. Oh nein. Ah, wie schlecht. Wir hätten doch rausrennen sollen. Naja, eine etwas längere Folge an dieser Stelle, die uns zumindest länger überleben hat lassen. Ähm, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und vielleicht sehen wir uns noch zu einer Folge wieder, aber vielleicht war's doch erstmal, um einen kleinen ersten Druck von der Alpha zu zeigen. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen und ja, bis demnächst. Tschau. Tschau.